Musik Moin Leute, ich bin der Alex und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter News. Und ja, diese Woche ist ja eine neue Waffe rausgekommen und dann noch ein paar kleine andere Sachen jetzt im Status-Update angesprochen wurden. Und ich würde sagen, damit beginne ich dann gleich mal. Thema Nummer 1 ist dann aber erstmal das Baiting Overhaul. Die Entwickler sprechen über positive Kritik, auch wieder ein bisschen Kritik zu dem Penalty-System. Und vor allem, dass sie immer noch am Penalty-System arbeiten und eventuell ein paar kleine andere Aspekte da reinbringen wollen. Ja, auf jeden Fall wird an dem FIDA-System immer noch gearbeitet oder an dem Baiting-System. Da können wir wirklich gespannt sein, wie sich dieses ganze System in Zukunft noch entwickelt. Ich finde, es hat sich erstmal zum Guten entwickelt. Und ja, wir können einfach nur gespannt bleiben. Das zweite Thema ist dann die 16GA Shotgun, die jetzt am Mittwoch erschienen ist. Wirklich sehr schöne Waffe, eine sehr nostalgische Waffe vor allem. Ich habe dazu ein Review gemacht. Guckt es euch unbedingt an, wenn ihr wissen wollt, wie die Waffe so ist. Im Hintergrund seht ihr jetzt auch gerade noch ein Gameplay auf Fischfelden, auf Gänse zu der Waffe. Ja, und da seht ihr auch so ein bisschen, wie diese Waffe so performt. So, und bevor wir jetzt zu der meiner Meinung nach spannendsten Neuigkeit kommen, noch zwei kleine andere Sachen. Der Huntathon wurde, da wurden die Gewinner festgestellt oder bekannt gegeben. Wer wissen will, wer gewonnen hat, klickt einfach auf das Status-Update. Das sollte jetzt nicht so spannend sein. Und dann noch, dass David und Dick, zwei Leute aus dem Team von The Hunter, aufhören. Ja, wir wünschen denen ja natürlich alles Gute. Und dann werden wir sehen, welchen Zuwachs wir in der nächsten Zeit bekommen, weil die Plätze müssen ja wieder besetzt werden. So, und jetzt, nach 2 Minuten 20 Sekunden purer Wartezeit. Es wird eine neue Tierart geben. Und sie schreiben im Status-Update New Species, Fragezeichen, again, Fragezeichen. Weil wir haben ja jetzt gerade die verwilderten Ziegen gehabt. So. Und, ja, da schreiben sie halt, dass sie weiter an neuen Spezien arbeiten, an neuen Tierarten arbeiten. Und die nächste Tierart wird die meistgefragteste, äh, das meistgefragteste Tier auf White Realm Ridge sein. So. Und ich bin mir jetzt eigentlich zu 80% sicher, dass die meistgefragteste Tierart auf White Realm Ridge Karibus waren. Jetzt wird natürlich jeder sagen und aufschreien, ey, Alex, aber Karibus sind keine andere Tierart, das sind einfach nur Rentiere in Nordamerika. Ja, das stimmt, ähm, das sind ja halt einfach Rentiere in Nordamerika. Ähm, also das bedeutet, sie müssen nicht viel am Modell ändern. Aber, wo sie sehr viel ändern müssen, ist an der KI. Denn das Problem bei den Rentieren waren immer, die spawnen ja außerhalb der Map und laufen dann einmal wie mit ihrer Herde einmal über die Map rüber. So. Und, ähm, auf Hemmeldal fällt es halt nicht so auf, wenn die da sich mal ein bisschen breit fächern. Das ist nicht so schlimm. Weil die Map ist klein und die bleiben dann doch eher zusammen. Das Problem ist, White Realm Ridge ist halt extrem groß. Und die müssten, die müssen ja einmal durchlaufen. Dann würden die ja wahrscheinlich einmal so durch die Mitte komplett. Von der einen Lodge, so, also von der Seite bis zur anderen. Und so, Problem ist, wenn jetzt da die KI ein Aussetzer hat, dann laufen die einfach kreuzte quer. Und dann sieht das erstens behindert aus, dann ist es nicht natürlich und dann wird auch wieder nur gemeckert. Und deswegen war das immer ein Problem mit den Rentieren. Da haben sie auch gesagt, nee, die Rentiere wird es eigentlich nicht geben. Aber jetzt haben wir ja auch gemerkt, dass in letzter Zeit sich ziemlich viel bei EW geändert hat und bei der Hunter. Und dass sie sich jetzt wahrscheinlich an die KI von den Rentieren gewagt haben. Und deswegen schreiben sie auch so, new species again. Also, dass jetzt sofort wieder eine neue Tierart kommt. Und wenn man sich anguckt, Karibus, das wäre dann gar nicht so eine neue Tierart, sondern einfach eigentlich eine, ja, eine Auffrischung von den Rentieren, aber in einer viel geileren Umgebung. So, schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare, was ihr denkt, was für eine Tierart auf White Realm Ridge kommt. Also, es ist ja auch noch gar nicht gefragt, ob es auf White Realm Ridge kommt, weil es wird ja einfach nur, oder es kommt die Tierart in die meistgefragteste Tierart für White Realm Ridge. So. Aber, das heißt ja trotzdem nicht, dass ihr so auf White Realm Ridge reinpacken könnt. Können ja auch auf Bushrangers die Rentiere packen. Hahaha. Nein, Spaß beiseite. Schreibt mir unten in die Kommentare, welche Tierart ihr unbedingt sehen wollt, welche Tierart ihr denkt, die kommt. Ja, und dann sind wir gespannt, was die nächsten Wochen jetzt so an Informationen kommen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.